Die Erpel und die Äppel wurden niederaus gerabbt und geplog. In der Herbst, so in der Zeit von 1. August bis 1. Oktober, wurde die Erpel in die Welt ausgemacht und die Äppel auf den Böhm wurde gerab und geplog werden. In der netten Zeit für uns Basen durfte ich mit der Helpe. Als kleiner Junge durfte ich mit der Kahn mitfahren und die Erpel in die Welt mit meiner Heim fahren. Dabei konnte ich auch an den Päten legen. Later, als Röttergänger in der Överklasse wurde dann von verschiedenen Böhm für die Erpelrape gefreut. Das stammt vor wie für die Rosche bis in den Markt jener Rötter von dem Pond, was der Rape war. Die Aubure-Menn, die fuhrte die vollgelahre Karre nach Heim und kippte sie in den Schür oder Schopp, wo dafür die Kippstelle parat gemacht wurde. Later in das Jahr wurde die Erpel sortiert und in den Sekt gefüllt, um an die Kundschaft ausgelevert zu werden. Das Erpelrape macht viel Spaß. Da wurde allerdings die Pondgrenze verschärfen oder die Erpelhänger, die die Pond neugeschmiert. Und dann gerufen, hey, du hast Erpel geschiert. Eine Menge von dem Dach wurde das Feld gerümmt und dann wurde die Erpelstrühe oben gebärmt und das Leichfeld noch geercht. Die dann wurde die Erpel noch gerabt und ein Teil davon in der Führ von der Erpelstrühe geworfen. und Stück für Stück als Pellmann mit der Jöffel oder in der Hork unter der Führ geholt und gejärte. Die schmeckte richtig. Lecker. In der selben Zeit wurde auch die Äppel von den Böhm geplog oder als Wallobst abgerabbt. Von Wallobst wurde meistens Kompott gemerkt und ingekockt. Wenn es nicht einfach dafür wurde, dann wurde sie auch nach der Siebnautspage gebraucht. Da kommen auch die nicht so netten, geploten Äppeln hin. In der Paus wurde die Äppel nach Ungerschäde gebraucht und man kostet dann für fürgeschreven Zentner, Saft, Wien oder Apfelwein, Wien und Siebnaut, Apfelkraut in Fläche, Emmerkes oder Glaser mitnehmen. Der Führer trägte bestimmt für den ganzen Winter und der Rufwein Rot. Die schönste Äppel von der Äppel wurde in Käste in der Keller geleiert und dinde als Abs in der Wintertät. Oder kommen um Sinterklaas oder Christmiss auf der Teller lecker. Ja, das war... Applaus Vielen Dank. Applaus